Hallo, herzlich willkommen beim Supertalent. Stell dir mal bitte vor. Guten Tag. Wir sind Les Faux Plafonds. Ich heiße Marlene und Benjamin, Julien, Piero, Polo, Antoine, François und Fabrice. Wie lange gibt es eure Gruppe schon? Es gibt uns schon seit mehr als einem Jahrzehnt, aber die aktuelle Besetzung besteht seit drei bis vier Jahren. Und welche Musik macht ihr? Welche Musik? Miserliche. Pop Fiction. Oh, Pop Fiction. Bitte, Fischpass. Applaus Hey! 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 So viel zu sehen, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Auf so ne Idee muss er erstmal kommen, oder? Ja, jetzt erkenne ich den Song. Kennst du den Tanz aus Parfixen? Ja! Ja! Woe! 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 Ja! Wow! 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 Woo!